Im Zentrum von London hat ein Mann zwei Polizisten mit einem Messer angegriffen. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen in der Nähe des Leicester Square. Die Beamten wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Metropolitan Police mit. Ein Verdächtiger sei wegen schwerer Körperverletzung festgenommen worden. Ob ein Zusammenhang mit den Trauerzeremonien zum Tod der Queen besteht, war zunächst unklar.